ARD Text im Auftrag von Funk MEX PAIN MEX PAIN 3 Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu der Rolli Suchen und Zerstören auf Newtown Ich bin der Atomkraftwerk a.k.a. Atomix, a.k.a. der Boss, a.k.a. das Piece und es steht 2 zu 3 Aber das gönnen wir noch Jungs Und das ist ein Deutscher Gewoobag, nice one Egal Jungs, 2 zu 3, ich hole das noch aus So weit kommt es, dass wir auch ablosen würden Komm, geben wir die Bombe Die Pilots, einfach nie die Leute, dass wir dort nicht durchlaufen Objektiv, Freunde, OBJECTIV Come on baby Double Essays die Jungs Double Essays die Jungs Double Essays die Jungs Double Essays die Jungs Alte Schockladigen und so ne Heftig Egal, das gönnen wir noch Jungs Oh, heftig LMG Target Finder Jisje Oh, ich habe einen Kill gemacht Schemmdermeter C4 Jungs Das gönnen wir Lassen wir die Bombe wieder am besten Ziele ausschalten Danke Schade, ich habe nicht noch einmal drauf hineingehaut Das wäre ja wieder mal zu geil gewesen So So Jetzt kurz regenerieren Komm, sei F-Mächtiger Was wollen wir gönnen Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für das Zuschauen, das war es wieder mal, rein gehauen. Oder wir hängen gerade noch eine Runde dran und schauen jetzt mal wie es läuft. Machen wir es so, ist besser. Dann war es ja auch Chilly Willy. Hm, ganz los bin ich schon draußen, noch den Deutschen drinnen. Kurz abzuschicken. 2,6er KD, 14 Stunden Spielzeit. Heftig! 27 Nukleare in 14 Stunden Spielzeit. 51 Abschussketten. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Mit der 13er, 12er Berezi. Soviel Abschussketten und Nukleare. Hm. Ich denke nicht, ich denke das ist ein Unlock All. Nur 117 Orbital. Nein, nein, nein. Nein, nein Jungs. Uh, Highjack, nice one. Oh, das Handy. Mini-Candy. Mini-Candy. Naja. So. Highjack, Oxide suchen und zerstören. Was machen wir, was machen wir, was machen wir. Was? Und dann kommen wir gleich mal mit der Scar-L, äh Scar-H. Verpiss dich denn gar nicht. Verpiss dich! Du darfst immer einen am Hängen mit dem Snipper. Ah, die kommen nicht unten durch. Die kommen nicht unten durch, 100 Pro. Hast du gesagt? Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Die kommen nicht unten durch. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Hier gibt's Bomben, aber es hat sich erledigt. Es geht nicht so weit. Das kann etwas anders sein. Bleiben wir mal bei der SCAR-H. Kommt schon gut, Jungs. Jetzt klappt es natürlich nicht. Aha. Kommt, Digga. Oh, die kommen hier unten durch. Ja, ich höre sie, ich höre sie. Die kommen. Jungs, sie kommen. Ich höre einen Schritt. Ja, wir wichsen dich was. Wo? Du minderwertige kleine Wichser, ey. Und einfach draufheben, du dreckige deutsche Wichser, ey. Ah ja. Ah ja, Jungs. Nachher er macht. Diese Runde haben wir verloren, aber es ist noch nicht vorbei. Bereit zu machen für die nächste. Komm schon, mach weiter. Ich muss Kills machen. So, mit der M8 am Stisseln. Jungs, ihr wisst, was es heisst. Nichts. Nichts. Nice one! Geh wallbang, meine Freunde! Oh! Oh, ich habe den Kunden geeignet. Oh mein Gott! Habt ihr die 12 von mir gesehen, Jungs? Was haben sie gesehen? Gegönnt! Irgendwie kann ich... Ja, was steht auf mir schiessen, Digga? Breiter als der Türsteher-Team! Iiiche! Die meisten sind voll die Bobs im Gegenteam. Muss er halt den GS-Desk an! Das ist krass! Siehe! Oh! Leer! Ja! Lade nach! Ladung, schau! Ah ja! Max Payne! Max Payne 3! Minderwertungsstück! Minderwertungsstück! Scheisse, Junge! Minderwertig, Junge! Abschluss bestätigt! Schafrütze erledigt! Lisa Zerstorer! Lisa Zerstorer! Lisa Zerstorer! Heisst der! Die! Das! Lisa Zerstorer! Zerstorer! Nein! Da fällt mir nichts dazu ein, Junge! Da fällt mir einfach nichts dazu ein! Und wieder ein MSMC! Beste Waffe ever! Ich bin nicht tot, wenn ich da über schaue! Ah! Bin ich! Was? Du Missgeburt, ey! Ah! Reg mich doch nicht so hoch, ey! Wieso muss er da treffen? Ich hasse gute Sniperse! Ich hasse sie! Ich hasse sie! Schwör's! Hey! Er hat meine Waffen! Das ist da die Lisa! Das ist nicht die Lisa! Lebt Lisa noch? Lisa Zerstorer! Natürlich lebt Lisa noch und sie kämpft da irgendwo! Achtung! Lisa kämpft nicht! Lisa kämpft nicht! Lisa Zerstorer! Ich habe es gesagt, sie ist da, aber... Ah, Jungs! 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 Ja! So, jetzt, jetzt muss man eine Dürregaswift. Das ist peinlich. Jetzt hab ich komplett alles zerwärschte. aber komplett nein, nein, musst nicht sterben, Digga, musst nicht sterben Leer Wir sollen nachladen Was? Mann! Wo ist denn da hergekommen? Du bist draussen durchgelaufen, ganz gemütlich Ja komm, verliert eine Runde Verliert Komm Sunriser, kill meine zwei Teammates Ich will noch die Runde zocken Jetzt kann ich nicht auf mehr sitzen lassen Die Zeit ist fast um Ja, ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Aber da ist noch nicht vorbei Jetzt wird es noch nicht vorbei Jetzt wird es noch nicht vorbei Lisa, Zerstörer, Eife! So, jetzt geht's, Jungs, jetzt! Ich laufe immer gleich weg. Ich kacke den ab. Oh, ich gleich der Beste, ja, das glaube ich auch. Oh, wenn jetzt eine Granate zu fliegen kommt, Jungs, wenn jetzt eine Granate zu fliegen kommt. Nein! Hey, was ist los, Mann? Ich treffe ja mal Minderwertig gar nichts, Jungs. Nix, du gehst nix. Oh, jetzt ist er tot. Mütter gefickt, sag ich mal mütter gefickt, wenn er wird... Ah, nein, das nicht. Naja, Jungs, das ist es gewesen. 9 zu 4. Das war wohl nix, aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Oh, Lisa, Zerstörer! 5 zu 6. Ja, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Gut gekämpft. Zeit, die Bezahlung zu kassieren.